Und du musst hiervon eins essen. Ich möcht' mir mal eins aussuchen. Ja, okay. Aber sag, nein, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken, du darfst nicht gucken. Doch, ich will ja eh mal gucken. Nein, nein, Qualli. Oh, Qualli. Nein. Sag mir, was du nimmst. Das ist eklig. Ich nehme ein grünes. Nein, nicht grün. Welches grün? Das. Nein. Nein. Das ist bestimmt lecker, ne? Ja. Ja, nein, dann nehme ich eins und noch ein anderes. Ja, okay, dann is das erst. Oh, guck, die so eklig. Aber danach schmeckt es. Boah, das ist auch eklig, das nicht lecker. Dann ist das bestimmt Gras. Oder Birne. Jetzt is eins. Das blaue? Nein. Auch lecker, ne? Das ist nur Zahnpasta, ist nicht schlimm. So ein krippelgrün. So. Ja. Nasenpuppel. Schmeckt es eklig? Komm, noch eins. Warte. Nee, boah, Qualli. Eins noch. Nein. Komm schon. Ja, das ist richtig. Bitte, Qualli. Nur noch eins. Lecker. Oh, da musst du noch eins essen. Nö, nö, nö. Doch, Qualli. Nö, nö. Doch, Qualli. Oh, Mann. Du machst eh ein Video, du Arsch. Gerade wusstest du es nicht. Ja. Isst es ganz, isst es ganz. Genau das gleiche. Ich schwöre. Oh, Mann. Noch mal. Er schluck erst runter. Jetzt klebt voll. Ich denke, du bist ein guter Fuch. Oh, aber schneller. Was ist denn in der Höhle drin? Sowas. Ist das schon wieder lecker? Ich weiß es nicht mehr. Schmeckt ja Samenpasta. Oder ist es doch lecker? Ich weiß es nicht. Ja, was war denn das? Das war rosa. Das gibt es gar nicht. Und das wollte ich dir auch eigentlich gar nicht geben. Hä? Ja, okay. Dann musst du jetzt warten. Ja, okay. Dann isst du jetzt das. Das sieht aus wie scheiße. Ja, ist es aber nicht. Was ist das? Braun. Jetzt isst. Braun. Ganz. Quali. Ich kotze mich. Schuhe, ich schuhe, ich schuhe. Ich schuhe, ich schuhe. Ich kotze mich. Ich mach mich. Ekeli. Vielen Dank.